Guck, oh, da ist eine Brücke vorbeigefahren. Das ist richtig geil. Oh, das war, oh, das war richtig spektakulär. Das klang so, als ob du da so ein fett in der Space gesehen hättest, aber es war nur eine scheiß Brücke. Hier vorne ist eine Figur mit Fotografie-Paparazzi-Aggregatzuständen, genau. Und da ganz hinten, da fährt Schiff, so ein Rheinschiff, weil das hier, das ist Rheinschiff, oder wie das heißt. Aber genau, da vorne fährt so ein richtiger Schiff. Guck mal, hier vorne sind sogar zwei Schiffe, die sich überqueren. Das sind richtige Rheinschiffe, die sind richtig geil, die haben es richtig drauf. In meinem Gehirn sind weiße Würmer drin, die mein Gehirn auffressen. Ich weiß zwar nicht, warum die das machen, aber das ist so, das ist genau so. Das passiert jetzt gerade. Guck mal, da drüben, da fährt ein Düsseldorflicher Schiff lang. Also so ein richtiger Vollfettschiff, ein Schiff mit Fetts dran, Vollfettschiff. Hier vorne fahren Autowaggons lang. Autowaggons? Ja. Oder ein Schiff mit Autos beladen. Nee, das sind irgendwelche Waggons, die hier über Wasser rumlaufen. Das ist Trinkwasser, was trinkbar ist. Guck mal, diese Blumen hier vorne, die können Sonnenblumenöl herausspritzen. Das können die wirklich.